moin moin und willkommen zurück hier auf meinem kanal wir befinden uns im spiel von super mario party und haben uns sozusagen den fahrt der prüfung gewidmet haben dort schon die stadtpromenade geschafft apfelhain almenstrand jetzt geht es weiter geisterwald und den gehen wir jetzt an das kam es heißt dass in diesem fall all die umgekehr geistern die das ziel der prüfung nicht erreicht haben hoffentlich gehörst du nicht bald zu diesem glück verlassen die prüfung werden wohl schwieriger ich denke mal einfach nur die antworten höher werden als einzureichen und durch wasser zu wollen okay das sind so ein paar sachen die muss man natürlich hat man vorher nicht aber es sollte auch problem war ich sein er die dumme dreck scheiße wasser gerollt okay es wird noch mal machen das ist ein paar mehr anforderungen jetzt nicht nur einfach gewinnen sondern man muss dann hier wirklich auch noch ein paar andere sachen schaffen 3 2 1 los ich habe durch das abschnitt fallen sollen oh mann du blöde Peach ich komm nicht weiter, ich kann nicht mehr rollen das brauchen wir gar nicht mehr versuchen das freut mich direkt ins Wasser so machen wir nochmal oh ich hoffe das werde kein Dauerbrenner jetzt hier so leicht ich glaube ich schnell bin und nach rechts das ist auch nervig wie rollt er denn oh wir schaffen es sehr gut war einfach gar nicht mal so einfach gewesen die Funktion ist schon sehr cool die Bumble Funktion auch den Gyroskop in den Kontrollen von Joycon so Washi Yoshi wir tun uns zusammen und schaffen das jo wir schaffen das Fragenstelle besiegen ok viele Fragenstelle besiegen ok leicht start das ist wie bei Schlag den Star äh Schlag den Draht ne 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 von den flutter männern eine frucht in hand oder die leite 5 wands scheiße heiße ach kann nochmal so ein kack so ein kack naja machen es noch mal ja klar ja klar ja ok 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 wie viele Kugel Willis waren zu sehen 0 aber kein Kugel Willi ich hab zumindest keinen gesehen das war da auch keiner hoffe ich zumindest hoffe ich zumindest äh no los die genau hin 6 Viecher 1 Kugel Willi 6 da kann sich ja 6 waren joshy glaubt er auch das ist joshy nicht runter schubsen gerade witzig tschüss tschüss Mario hier von klein und 6 von oben wieder bleiben wir stehen joshy joshy ich weiß es nicht ich weiß es nicht wie es mache ich meine es waren 6 oh scheiße 1 2 3 4 6 joshy joshy ja es wird erwarten Dino herrn ne an die erbse geschafft ja die spiele sind wirklich anspruchsvoller geworden schwieriger sind natürlich gleich ein spiel aber einen kleinen twist drin das kriegen halt das ist früchte einfach und den gegner degradieren würde ich sagen sie hat sich auch die matroschka puppen oder reich ah man nervig ich glaube es ist die hier ich weiß es nicht ach das kann ich bei einem spiel ich finde das ist zum schluss auch von unrealistisch schnell wird jetzt aufnehmen mit meinem iphone und das dann langsam abspielen dann ganz links ausnahm ich bin sicher das ist doch wieder verkehrt das gibt es doch gar nicht ich kann es einfach nicht sehen ich habe heute mehr abstand für ich weiß nicht ganz einfach nicht erkennen ich kann es nicht sehen ich weiß wirklich nicht das ist so schwierig es gibt es doch gar nicht die letzten drei vier drehungen die trieger wo jetzt einmal die zweite von links kann sein ich habe keine ahnung es gibt es doch was ich bin echt schwer ich bin echt schwer nein wir bleiben noch einmal jaha mein gott ich bin mir gespannt ich bin mal genau hin ich weiß es wirklich nicht und gleich der erste verkehrt wenn wir mal ein was wir springen Start! So, ich glaube, das ist ganz rechts außen, bin mir ganz sicher. Fast zu 1000%. Bin mir fast zu 1000% sicher. Oh, Gott sei Dank. Ich hätte auch keinen Bock, ab das normal zu machen. Echt nicht. Das ist echt schwer gewesen, fand ich. Schlägt sich wirklich sehr gut. Möchtest du weiterspielen? Weiterspielen. Aber klar, gerne doch. Gucken. Oh, nein! Wie dumm war das denn? Bin ich selber rausgesprungen? Achso, ich war mein gleiches Team und trotzdem gewonnen. Okay. Dann ist mir das ja schnubbeln. Was war das? Okay. 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 Das können wir aber besser. Komm mal hin. Okay. Ich hab' das Spiel noch gar nicht gehabt, das Pferdespiel. Wirklich nicht. Warte ich noch nicht. In keinem Brettspiel. Ja. Müssen wir natürlich noch mal machen. Wurde ich nicht. Mal gucken. Okay. Los geht's. Komm gut mal spielen, ne? Okay. Das war ja noch schlechter als grad eben. eine andere möglichkeit finden das das machen so geht es doch auch ne aber ich habe keine 130 punkte geschafft scheiße echt keine 130 punkte gerissen noch mal ran und er kommt das schaffen wird nicht übersprungen in beharrlich wahnsinnig gerade da mal wo hängt die glocken hat die punkte so müssen kohle abzurollen wie zum reichtum an sie mit einer gata ohne herunter zu fallen um getroffen zu werden Ich hätte dann noch ein bisschen warten können. Ah, ist egal. Okay, muss man schon einige Spiele nochmal machen, ne? Merke ich auch gerade. Noch ein längeres Let's Play mit der Fahrtabrückung. Dreckt auch. Ach man, doch nur die fette Donkey Kong, wenn man im Weg steht. Ist doch schwierig, ne? Normalerweise muss man nur ins Ziel kommen. Ist auch immer eine andere Fahrt, wie man sehen kann. So, bei mir sieht es ja schon ganz gut aus. Nur 16 Münzen. Geh zurück, rennen. Geh schalt. Ah! Na jetzt. He he. Gott sei Dank, ich dachte, es geht gar nicht mehr. Wie noch. Muss immer der erste sein, ne? Muss nicht immer der erste sein. Geh schlafen, ne? 4 Sekunden abschließen. Okay, das ist aber möglich. Das tut man ja beim Rafting auch. Muss man auch sehr einig sein. Freunde? Ich glaube das ganz gut. Los geht's. Kreis holt was Sonnen. Das ist nicht so schwer. Boom. Sehr gut. Angreifer-Team besiegen. Spiel. Oh, oh. Ich will das nicht kennen. Doch, das kenne ich. Also mit Pfeilen werfen. Okay. Start! Ja. Nein. Ende! War gut. Einige Spiele zack, kann man einfach so durchlaufen, bei anderen Spielen muss man echt 3, 4, 5, 10.000 Anläufe gebrauchen. Der Wald ist ein bisschen groß, ich will so eine Pause machen für deine Nerven, will ich nicht. Ich bin mutig, ich weiß. Der mutigste kleine grüne Mann auf der Welt. Modest von der anderen, vor den anderen, oh das ist, ah, das ist leicht. Komm ich an. Ah Mist. Oh Mann. Oh nein. Komm, durch da. Ich bin Affenkönig. Game of Bananas. Game of Thrones. Oh, warte. Jetzt das Spielchen. Ah, geil. Ah, das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Okay, also das Spielchen. Okay. Ah, das ist gut. Ich gebe gleich noch einmal. das 14 meter sind das kultur sind fast ähnlich aus ist noch gewonnen obendrauf jetzt noch gewonnen haben und 20 zentimeter mindestens 15 das ist schwer finde ich also schwer war echt schnell gucken was das größte da ist das war es ist natürlich das größte ein blick dafür kann dass ich doch sehr gut er hat zwei runden können wir schaffen oder das größte so ein punkt holen ich habe das rote geschlecht gesehen ich wusste nicht das ist ich dran und dann reicht schon in mussten wir nicht super super das 35 und das ist auch machbar muss man aufpassen dass man umläuft start meine gegner ah nein schnell schnell kurz warten eigentlich genug zeit beißen lassen können nein das ist streicheln da hinten jetzt schon okay das hier ist eigentlich wie das schockt eigentlich schon mit dem hammer darauf zu hauen aber aufgefallen ist es oft echt schießt müssen schneller sein und gekommen muss auch schneller sein und ich habe auch müssen anna wieder los geht's gott sei dank nur noch weg gerannt noch weg gerannt vor den gegnern so jetzt ist das streicheln das streicheln ist für mich glückssache das war wirklich glückssache man kann die regeln ja auch immer wieder angucken lassen sich gerade unten das habe ich vorgleich aufgaben das wir spiel machen die ich nicht kennen wir machen jetzt start Boah! Weck ihn doch einfach! Weck ihn! Oh, das ist unser Ernst! Naja... Das letzte Mal hab ich so einen Schreck bekommen, hab ich schon mal erzählt, ne? So erschrocken bei diesem blöden Viech! Das Ding, wenn man so durchdreht! Los, machen wir nochmal! Aber Luigi werden wir wohl besiegen können! Ja, schon wieder an die Drecksau! Er anfängt gleich immer am meisten Glück! Ja! 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 Gott sei Dank! Ende! So, er liegt! Das ist so ein Monster, ne? Sehr gut! Ich habe total versahnt. Natürlich gemacht, weil es Gebiet geschafft. Ich hätte nicht gedacht, dass du auch den Geisterwald schaffst. Wenn du so weiter machst, wird es nicht mehr langer nur ein Traum sein. Das Ziel ist die Art der Prüfung zu erreichen. Mein Gott, Zungenbrecher. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Geisterwald geschafft. Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.